Im Bereich der maritimen Wirtschaft ist Schleswig-Holstein hervorragend aufgestellt. Es ist eine Zukunftsbranche, die sehr viele Chancen für uns bereithält. Um den Anschluss aber nicht zu verlieren und diese Branche auch erfolgreich in die Zukunft zu führen, müssen wir im Bereich der Digitalisierung deutlich schneller vorankommen. Die Digitalisierung ist die große Herausforderung, um die Antworten auf die drängenden Fragen in allen Bereichen der maritimen Wirtschaft zu finden. Als Beispiel nenne ich das autonome Fahren, wo wir im internationalen Vergleich doch schon etwas hinterherhängen. Das heißt, wir müssen uns beeilen. Dazu braucht es politische Rahmenbedingungen, die das begleiten. Dazu braucht es einen Ausbau der wissenschaftlichen Kompetenzen und dazu braucht es auch einen Ausbau der digitalen Infrastruktur. Das alles erfordert politischen Willen auf allen Seiten und natürlich eine große Gemeinsamkeit. Alle unsere Forderungen finden Sie in unserer Broschüre zur digitalen Digitalisierung der maritimen Wirtschaft. Hieraus können Sie einige Impulse übernehmen. Vielen Dank, Ihr Klaus-Henrich Vater. Vielen Dank, Ihr Klaus-Henrich Vater. Vielen Dank, Ihr Klaus-Henrich Vater.